Heute ist Trüchack im UJ-Testrevier. Da fahre ich jetzt gleich an den Kolben hoch. Da liegt hoffentlich ein bisschen mehr Schnee und Eva wartet da auf uns. Also einmal ich und einmal bis heuer noch. Siehst du den dort unten stehen? Ach ja, da oben auf der Kuppe, der geht jetzt hier runter, links und da geht man wie so ein ausgetretener Trampelfahrt nach oben. Okay, gut. Die ersten zwei, drei Schuss sind schon gefallen. Wir haben einen Stand mit viel, viel Ausblick. Eva ist auch auf dem Stand. Der ist auch richtig gut. Und jetzt schauen wir mal, was heute passiert. So, wir sind jetzt hier am Stand 117C. Das liegt mitten im UJ-Testrevier am Kolbenberg. Wir haben zur rechten Seite haben wir Brombeeren, zur linken im Buchenbestand, geht dann auch noch den Hang leicht hoch. Wir haben Schnee, also richtig tolles Jagdwetter heute. Jetzt mal gucken, was uns anwechseln wird. Der Rasso ist auch gar nicht so weit von uns weg. In fünf Minuten geht das Treiben los. Wollten wir uns heilen. Also ich habe jetzt mal geschaut. Hier hinter sind es ungefähr 20 Meter. Da ist auch ein ganz guter Wechsel. Und darunter an den Deckungsrand sind es ungefähr 65 Meter. Also auch flüchtige Stücke. Gerade noch so passend von der Entfernung. Darüber raus muss es definitiv nicht gehen. Und runter auf den Maschinenweg sind es ungefähr 50 Meter. Und ja, schauen wir mal, was da kommt. Frei sind heute Sauen, alle Altersklassen, Rehwild, alle Altersklassen, alle Geschlechter, Füchse, Waschbären und Marderbunde. Das war's. Musik 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 Die Treiber sind jetzt bei uns gerade durch, aber wir haben nur einmal ganz kurz einen Fuchs gesehen. Der ist da über den Weg gehuscht und sonst war es leider nichts, geschossen hat es schon ganz gut und wir wissen auch, dass unser Mitjäger Silko einen Keiler geschossen hat und bei Eva waren auch so. Mal schauen, was da liegt dann. Ja, bei uns war es leider nicht so schön. Aber bei den anderen war jetzt was los, da schauen wir jetzt mal hin. Und Herr Scheibe, wo haben Sie den Frischling versteckt? Ja. Da liegt gleich jetzt 20 Meter hin. Walten wir uns heilen. Walten wir uns dank. Großer Frischling. Ja, etwas böse als angenommen. Eieieieiei. Gucken wir mal hin. Ich glaube, da musst du was dazu sagen. Das ist doch... Waldmannsheil. So habe ich das jetzt nicht gesehen. Das ist... Kann man Schwein nennen. Das kann man schon mal Schwein nennen. Ja, genau so. Ja, jetzt erzähl mal. Jetzt erzähl mal, woher der jetzt kam. Ja, Anfang des Treibens. Die Treiber ging los unten in der Dickung. Dann war auch ganz schnell Hundegeläut und richtig Action da in der Dickung. Und plötzlich kam ein Rauschen auf. Und dann ist eine riesengroße Rotte da oben im Hang lang. Und ja, für mich unerreichbar. Natürlich. Hatte ich mich natürlich schon ein bisschen geärgert. Und dann vernahm ich hier einen Knacken kurz davor. Und auch gab noch mal einen Hund laut. So. Und mit dem sah ich da... Das Schweinchen hat durchgekommen. Und dann hatte ich... Da hat er so 50 Meter drin. Hat er noch mal verhofft. Erst mal Lache gecheckt. Und als er dann fre stand, habe ich das erste Mal geschossen. Hat er auch gut gezeichnet. Hab nachrepetiert. Dann ging er hier über die Halbschneise drüber. Hab dann noch mal nachgeschossen. Und da ist er sofort in sich zusammengerutscht. Wir halten uns heil. Dann müssen wir mal schauen, ob er den rausbekommt. Genau so. Genau so. Muss man mal sehen. Ich stelle alles mal bloß ein bisschen zur Seite. Und dann kannst du das ja schon mal etwas festmachen. Dann kommst du hin. Dann kommst du hin. Mach mal. So. Ich ziehe, du lenkst. Warte. Das ist ein Trott. Au. Hast du dich jetzt geschnitten oder? Nee. Das ist vom Schaden. Warte. Na, warte. Geht schon. Geh weg. Komm. 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 Was denkst du denn? 100 Hamm? Nee, nicht ganz. Nicht ganz, ne? Weiten uns heil. Weiten wir uns lang. Das war's für heute.